...gemacht habt. Hattet ihr denn Spaß, Leute? Ja! Ja! Sehr cool. Ja, aber leider ist der Spaß auch gleich vorbei. Wir kommen nämlich zu unserem letzten Song. Aber wir treten ja heute Nachmittag nochmal auf. Und wenn ihr zum Beispiel noch weitere Fragen an uns habt, schreibt sie uns per Facebook über den Account eurer Eltern. Oder vielleicht habt ihr auch selbst einen. Oder fragt uns bei der Autogrammstunde gleich anschließend. Und wenn ihr uns zu Hause hören wollt, ihr habt hier schon die Lieder von unserem Album Bubblegum World gehört. Im Fanshop gibt es die CD auch zu kaufen. Und wir kommen jetzt zu unserem letzten Song. Gimme, gimme, gimme!